Ein neuer Eintrag wurde freigeschaltet. Okay. So, wir sind in Ruhrkoll. Jemand war bisher ja auch noch nicht. Müssen wir uns erstmal ganz kurz umschauen. Ich speichere aber erstmal ganz kurz. So. Was gibt's denn bei dir? Kauf mir was ab! Irgendwas! Ich brauche Gil! Drogenopfer? Gibt auch Beschaffungskriminalitäten zur Not. Was ist das denn hier? Strassklatsch. Eine glitzernde Unterarmenhandtasche, die einen zum Mittelpunkt jeder Party macht. Yay. Brauche ich. Feuervogelkamee. Ein kunstvoll graviertes Relief des Robrummer Feuervogels. Eine Spieluhr. Öffnet man den Deckel, tanzt eine kleine Puppe im Innern, passend zur Musik. Topfpflanze. Ein kleiner Kaktor, der nur alle tausend Jahre blühen soll. Na super. Und eine Herrentorte. Eine reichhaltige dunkle Sahnetorte mit zart Bitterguss. Okay. Was gibt's bei dir? Ich bitte dich, kauf mir etwas ab. Irgendetwas. Ich habe eine Familie durchzubringen und ich brauche die Gil. Geht's euch hier so schlecht, hä? Oh, neue Waffen! Sieh mal eine an! Okay, die sehen auch gar nicht so übel aus. Oh Mist, ich habe nicht mehr viel Geld, sehe ich gerade. So, die noch. Ähm, das hier. Oh, eine Shamshi. Auch als Skimitar wird gekannt. So, und das Doppelkaliber. Shamshi ist einfach nur die persische Version des Skimitars, wenn man so will. So, aber ich kann ja auch mal verkaufen, fällt mir gerade auf. Achso Mist, ich muss ja erstmal vielleicht auch die Waffen anlegen gehen. Da muss ich unbedingt mal mit Queen spielen, denn mich würde es doch sehr interessieren, ob die dann wirklich auch einen Shamshi vom Aussehen her draus gemacht haben. Quatsch, du nicht? So, Doppelkaliber. Das geht nochmal um vier Punkte nach oben, ne? So wie ich das sehe. 88. 93. Ah, nee, fünf Punkte sogar. Na klar, von fünf auf zehn. So, das Shamshi rein. Bei Trey den Sturmbogen. Und bei Cater die MTK C2. Wunderbar. So, die anderen Waffen gehen wir verkaufen. Da haben wir zumindest mal ein bisschen was in Geld noch wieder. Waffen. Ja, da gibt es nicht viel für, ne? Da gibt es wirklich nicht viel für. Aber zumindest ein bisschen. Damit wir hier nicht ganz so am Hungertuch nagen. Da muss ich wahrscheinlicherweise mal wieder ein bisschen was zulegen. Mit denen da drüben muss ich bestimmt gleich reden. So, aber erst mal speichern mal kurz. Okay. Gut, dann schauen wir mal. Geht bei euch die Mission los? Sieht so aus. Nagi. Na, ihr habt euch ja Zeit gelassen. Ich bin's, Nagi. Sehe ich nicht aus wie ein richtiger Melite? Besser ist sie diese Mission, was? So, die Plätze für euch Klasse 0 Kadetten sind im Heck dieses Max. Oh, ja, na klar. Super. Luftschiffe können wir nicht anfordern. Unser Signal wird von den Meliten blockiert. Auf Chocobos verzichten wir besser auch. Das zieht nur zu viel Aufmerksamkeit auf sich. So, sind die Herrschaften zum Abmarsch bereit? Klar, das wird bestimmt bequem in der Kiste da hinten drin. Yay. Muss ich selbst reinklettern? Zerstörung der Magi-Tech Max. Gut. Den, äh, Text zur Mission kennen wir, ja? Das haben wir ja schon gelesen. Auf geht's! Hahaha. Ich steuere das Ding selber? Wir haben es fast geschafft, Kupo. Nur noch ein kleines Stück weiter, Kupo. Okay, dieser Mech gehörte Vormeis der Militischen Armee. Die Rupro-Armee hat sämtliche Schäden repariert, allerdings verbraucht er mehr Treibstoff als gewöhnliche Mechs. Sammle unterwegs Treibstofftanks ein, um ein Ziel zu erreichen. In der rechten oberen Ecke wird angezeigt, wie viel Zeit hier verbleibt, bis dein Tank leer ist. Geht ihr auf dem Weg nach Militis der Treibstoff aus, musst du von vorne beginnen. Klass 0. Commencing Maneuvers. Okay. Das ist ziemlich speziell. Aber ist in Ordnung. Ähm, bin ich denn hier überhaupt auf dem richtigen Weg? Jetzt muss ich mal kurz schauen. Nicht so wirklich, ne? Eigentlich reiße ich ja gerade davon weg. Ich sammle trotzdem mal hier kurz die Treibstofftanks mit ein. Immerhin bin ich schön schnell unterwegs, das muss man auch mal dazu sagen. Ah, hier drüben haben wir noch einen Tank. Nehme ich alles gern mit. Brauche ich aber gar nicht, wie ich gerade feststelle. Na gut, war vielleicht eine Einleitung für später mal. Auf geht's. Zur Magi-Tag-Mag-Fabrik gehen. Jawohl. 20 Ein-Mann-Packungen habe ich da erhalten durch den Proviant. Okay. Gut, dann wollen wir mal. Ich verzichte mal auf die, äh, besonders motivierten Mitglieder. Ich nehme wieder die übliche Runde. Ausrüstung brauchen wir nicht mehr ändern. Wieder S-Bar, falls irgendwas passiert. Golem-Klasse. Ich nehme mal den Golem. Das würde mich mal interessieren. Mega-Tonnen-Schlag, Granit-Riese und Balze. Okay. Moment, 5000. Wie viel hat der eigentlich? 3000 nur. Okay, und die nur 1000 Atom. Auf jeden Fall. Golem rein. Seven, King und Nine. Auf geht's. So, Unterstützung. Wie zur Hölle kann da Unterstützung kommen? Das verstehe ich nicht. Egal, wir brauchen keine. Wir machen das allein. Das verstehe ich nicht. Es gibt eine Menge Anwendungen in diesen Tagen. Sie machen etwas Besonderes? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, und auch du solltest. Ach so, egal. Ich will nur zurück nach da und kämpfen. Ja. Alles klar, du kannst. Danke. Bis zum nächsten Mal. Okay. Das ist so weit wie ich dir kann. Der Faktor ist genau da. Als du in... Ich frage mich. Wir sind selbst, oder? Der Moogle hat all die Informationen, die du brauchst. Und ich werde dir mit welchen Unterstützung, die ich dir geben kann. Gut, dann. Good luck in da. May die Krystal protect dich und guide dich. Lass uns gehen. Oh, es ist nichts. Ich habe nur... getrennt. Ram. Klasse 0. Manöver. Schreibe dich mit deinem aktiven Charakter unentdeckt in die Forschungseinrichtung. Muss nicht sein. Kooperate mit On-Site-Intel-Officer. Transmissionen werden auf ein Minimum. Diese Wege sind zu verabschieden. Oh, das... Was machst du denn? Du hast den Vordergrund. Er schützt die Umgebung. Wir versuchen das System auf unserer Seite. Sei vorsichtig. Ja. Okay. Sorry. Ich dachte, das wären Treibstofftanks oder sowas. Naja, was soll's. Dann machen wir hier drin halt alles kaputt. Auch kein Problem. So. Der Weg ist frei. Ich glaube, gleich sollte wieder Ruhe sein, oder? Wow. Oh. Das ist es? Es ist größer, als ich dachte. Ist das Empire stupend? Ich weiß nicht, was es ist. Also, wir sollten es einfach aufpassen. Hä? WTF? Oh. 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 Das also. So. Okay. Gehen wir mal nach unten. Neuer Order. Steigt in die Kanalisation hinab, um in die Forschungseinrichtung einzudringen. Das habe ich mir fast gedacht, Kubo. Aber macht euch keine Sorgen. Ich analysiere den Aufbau dieses Tunnelsystems und leite euch direkt zum Eingang der Forschungseinrichtung, Kubo. Erst einmal nehmt ihr an der Kreuzung noch den rechten Weg Moment Erstmal kämpfe ich Oh 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 So, möchtet ihr mich mal angreifen? Ey Pudding Flops So, wäre zumindest mal der weg Lass mich mal schön in Ruhe hier Komm, greif an Also richtig hat es ja nicht geklappt mit dem Treffer So, das wäre jetzt zumindest für den schon mal Nein, das ist glaube ich ein bisschen zu aggro, um das mit dem Durst ziehen zu können bei den Puddingen hier Naja, was soll's Irgendwie sind sie ja doch alle gestorben Hättest du gern, wa? Kleiner Arschloch Pudding, du So So, huch Wie viele kommen denn hier? Ist ja Wahnsinn Ah, da war ich etwas zu langsam, glaube ich Na komm Ja, hallo Ich bin neben dir Hallo Ich kann auch einfach mal draufschlagen Komm, bevor wir hier noch ewig rumwarten Bis der richtige Moment da ist Okay Da wäre er gerade mal gewesen und ich habe ihn natürlich verpasst Was soll's Haben wir jetzt endlich mal ein bisschen Ruhe? Komm hier unendlich kann das sein Oh 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 Die geht ja tierisch ab Ich muss auch dazu sagen Ich habe bei ihr auch Äh Die normalen Angriffe geskillt Dass die ein bisschen verstärkt sind Und sie da Äh Längere Kombos machen kann Also ich habe natürlich auch die Skills schon Äh Abseits der Aufnahme Ihnen beigebracht Für den Charakteren Können wir bei Gelegenheit ja mal mit reinschauen Da kann ich es euch mal zeigen Aber ich dachte mir Das ist jetzt auch nicht so spannend Dass ich das unbedingt in der Aufnahme mitmachen muss Ignorier mich nicht Wieso springen die eigentlich immer wieder in die Brühe rein Ach komm ich gehe jetzt einfach weiter Das dauert mir hier zu lang Kupo Immer weiter nach Norden Kupo Natürlich Viel Spaß Verschwenden wir mal nicht so viel Zeit hier Oh was bist du denn Geradeaus in der nächsten Vortrag nach links Kupo What the fuck What Was war das denn Ach du Schande Ich gehe dann mal ne Alter Nein das ist kein Shamshir übrigens So sieht kein Shamshir aus Nein ganz und gar nicht Das ist kein Shamshir Schade eigentlich So immer weiter geradeaus Der Eingang ist hier Ach du Schande Na das war ja ärgerlich Kann ich die nicht wiederbeleben hier am Kristall Oh ist das ärgerlich hier Das kann doch aber auch keiner ahnen Dass dieses Fieser so am durchdrehen ist Mal ehrlich Ich will gar nicht speichern ehrlich gesagt Aber ich mach es trotzdem Oh man Das ging ja volle Kanne nach hinten los Eieiei Was war das denn für ein Vieh Ich verstehe es nicht Egal Weiter geht's Oh ich sehe schon Wir sollten wieder unentdeckt bleiben Neue Order Sammelt Daten zum neuen Magitech Mag Brio nach in der Forschungseinrichtung Diesmal versuchen wir das auch wirklich mal Unentdeckt zu werden So irgendwo hier sind die einzelnen Entwicklungsdaten Findet sie bevor die Mags euch finden Okay Moment ich schaue es mal ganz kurz Ja Alles klar Es gibt drei Räume In jedem findet ihr wertvolle Informationen Na dann Gehen wir doch erstmal hier lang Da ist Raum Nummer 1 Oh hallo Shit Ja lass sie nicht den Alarm auslesen So schnell war ich dann nur auch nicht So dann machen wir erstmal den Alarm kurz kaputt Damit die nicht immer neue kommen Wahrscheinlich kann der jetzt aber nicht mehr gestoppt werden Der Alarm Ich sehe es schon kommen So vorbei mit dir Und da haben wir es doch sowieso schon Siehste mal Da können wir Makina gleich noch mit ein bisschen trainieren Der ist dann quasi der Backup vom Backup Ist auch in Ordnung Habe ich jetzt schon was ich wollte Nein Hier Okay Cool cool Na klar doch Okay Wir haben das erste ausgeschaltet Wir schauen mal kurz auf die Karte Wo geht es denn hier weiter Wir gehen erstmal hier vorne nach rechts Und versuchen uns mal hier durchzuschleichen Und dann zum Schluss werden wir nochmal in die Halle gehen In der wir angefangen haben So jetzt einfach irgendwie nach Norden durch Kommen wir hier lang Sieht ganz gut aus Okay So da hinten ist auch der Alarm Halt Nein Ah Mist Ich war nicht schnell genug So schnell kann aber auch kein Mensch sein Naja was soll's Ihr kommt euch mal am Ende Ich gehe dabei hier mal an den Alarm So damit ich immer wieder neue Feine nachschauen Ich glaube man hat überhaupt keine Chance den Alarm Nicht auszulösen Irgendwie war das sehr verwirklich So Das ist halt das Problem mit diesem Fokus Ähm Wenn die Gegner um einen drum herum schleichen Man sieht nichts mehr Weil die Kamera eben immer mitgeht Naja was soll's Wir haben's geschafft Wollen wir nochmal hier hinten kurz das Terminal aktivieren Sauber Hast du den Mech grad her genannt? Sie Sie Warum? Egal Ich will's gar nicht wissen Ist ja eine nette Begrüßung hier Okay Wir können eigentlich direkt nach Süden gehen Da haben wir den direkten Weg in die Halle zurück Da ist es vielleicht etwas günstiger Als wenn wir jetzt wieder nach Den Alten Äh wieder den Weg nehmen Den wir gerade eben schon hatten Ich muss bloß die Tür finden Äh das hier So sieht's so aus Ja Okay Wieder im Forschungslager 1 Wir müssen noch nach Westen Gleichen wir uns mal hier durch Ich hoffe ihr löst das nicht aus hier hinten Sieht aber nicht so aus Was ist denn das für Laser hier? Sind die irgendwie Ja natürlich Geh einfach durch Ist in Ordnung Hauptsache ich geh drumrum So komm ich denn hier irgendwie lang? Hier unten Ne das ist ja nicht der richtige Weg Da geht's wieder nach Norden Hüllt Okay die teleportieren sich fröhlich durch die Gegend Wie sie wollen Dann hab ich das Gefühl Gut Lass mal das Ding erstmal kurz laufen So Jetzt muss doch irgendwo hier an der Wand sein Theoretischerweise Aber hier ist nix Was da durch oder Nicht da durch ne Schauen wir mal Oder doch Da geht's auf jeden Fall nach unten Ist gerade der einzige Weg den ich sehe Ich wechse mal sicherheitshalber auf Makina Nur für den Fall Dass ich dabei jetzt sterbe Weil das eine total idiotische Idee ist Dann lasse ich doch lieber den sterben Der das niedrigste Level hat ja Na komm Mach wieder auf Oder mach das Ding nicht mehr auf Wenn ich da stehe Hm Sieht wohl so aus Hm Keine Ahnung Aber wo komm ich denn jetzt Äh In diesen Raum In den ich noch muss Ihr habt Daten zum Brionag gefunden Kupo Jetzt seid ihr für den nächsten Kampf informiert Neue Order Und zwar Lokalisiert dem Brionag Ja So Ich musste mal hier Einen kleinen Cut rein machen Und wie ihr seht Ich bin wieder mit Seven unterwegs Ähm Bislang ist noch keiner gestorben Weil ich diesmal wusste Dass ich dieses Ding da nicht angreifen sollte Ich hab die Mission nochmal neu gestartet Was einerseits daran lag Dass die starken Charaktere bei mir weg waren Also ich hab die Mission dann Zwangsweise aufgeben müssen Andererseits Ähm Moment ich wollt gar nicht hier lang Andererseits lag es daran Dass ich einfach verreckt bin Beim Endgegner Ich glaub der war einfach zu stark Wenn man nicht alles aktiviert Ähm Und wenn man dann noch Seine stärksten Charaktere Nicht zur Verfügung hat So Und das war jetzt grad Das Dritte Terminal Ja ist mir egal Ich geh einfach Ich bin ja bloß nicht richtig Seh ich grad Das hier Mach Nimm's doch mal wieder Achso Weil ich grad am Kämpfen bin Deshalb Wahrscheinlich oder Ne Jetzt Eine Einmannpackung Die wollte ich doch nur haben Das war alles Ähm Wo ist denn hier Süden Ich muss doch nur Süden Oh ja ja Ähm Ne das Problem war Ich konnt's irgendwie Ums Verrecken nicht finden Dieses dritte Labor Auch jetzt grad eben wieder Und da hab ich nochmal nachgeschaut Und irgendwo stand drin Ähm Dass man sicher gehen soll Zuerst in dieses Labor zu gehen Ich weiß nicht ob das dann zu ist Vielleicht Das kann durchaus sein Ich könnt's mir vorstellen Ich kann euch ja mal zeigen Wo es ist So Fürs Nachspiel Falls ihr mal das Bedürfnis habt Das zu spielen Hier ist das Labor Ich hab das vorher Um das Verrecken Nicht gefunden Ich weiß nicht ob dann Der Eingang hierzu war Aber Es ist ja eigentlich Nicht schwer zu finden Das ist einfach hier Zack da Drinnen Und ansonsten wieder Dasselbe wie vorher Forscher weg Klatschen Bevor sie den Alarm auslösen Und dann Aufs Keyboard klatschen Das war's Das war's Das war's Untertitelung des ZDF für funk, 2017